Nein Eisen Eisen Gebt mir Eisen Eisen bitte Eineisen 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 Boah. Puh. Schnell wieder hoch. Wo ist mein Häuschen? Da vorne. Oh, was war das denn da? Große Klumpen, ey. Boah. Kein Eisen, ne? Nein. Kein Eisen. Und den Winter auch halb voll. Eisen. Ach, hier Eisen. Kein Eisen. Hä? So. Na, Eisen. Okay. Okay. So. Okay. So. 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 Falsche Menü immer. Oh, wir müssen ja bald zurück, wir müssen bald zurück. So, wir haben jetzt hier oben, also das wissen wir, wir haben hier oben 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 und jetzt runter. Gut. 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 Oh. Okay. 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 Hustensaft So, denn das brauchen wir zum Sammeln, zum Sammeln. So, Sammeln wie verrückt. Was ist das denn da? Riesenklumpen. Ey. Klemmt oder was? Klemmt nicht. Was ist das? Truhe. So. 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 Das war's für heute. 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 Was ist denn das überhaupt? Hmm. Das war's für heute. Das war's für heute. In der Höhle? Wo kommt denn der Kracher in der Höhle? Hm. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.